Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen heute nach Teplitze. Denn ja, da fand in den letzten neun Tagen das Teplitze Open statt mit einigen deutschen Teilnehmern, unter anderem die Swane-Brüder. Und wir schauen zum jüngeren von den beiden. Frederik. Frederik macht gerade ein Schachjahr, beziehungsweise vielleicht wird es mehr als ein Jahr. Da sollten wir wohl ihn fragen. Auf jeden Fall läuft es bei ihm ziemlich, ziemlich gut und wir schauen seine Partie aus Runde 7 gegen Yevgeny Romanov an. Ich habe drei Stellungen rausgesucht, die entweder aus der Partie oder aus einer Variante stammen. Die eine Stellung habe ich aus einer Variante genommen, weil ich sie einfach sehr spannend und gut zum Rechnen fand. Überall ist weiß am Zug. Frederik führte die weißen Steine. Ihr dürft gern das Video anhalten und euch Gedanken machen, was ihr spielen würdet. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare dann, was ihr euch gedacht habt. Ob ihr vielleicht bessere Züge als Frederik gefunden habt oder gleich gute. Und ja, dann, wenn ihr das getan habt, kommt ihr hoffentlich zurück zu mir und wir schauen uns die Partie an. Frederik spielte E4. E5, Springer F3, Springer C6 folgte und Läufer B5. Also Frederik entscheidet sich für Spanisch und Romanov spielt eine, ja, seltene Variante, beziehungsweise in letzter Zeit wird die gerade in schnelleren Disziplinen schon gelegentlich mal wieder gespielt, zum Beispiel auch von Magnus Carlsen. Aber gerade im klassischen Schach ist sie nicht so populär. Früh ist Läufer C5 mit der Idee, den Springer jetzt nach E7 zu stellen. Allerdings steht der Springer auf E7 insgesamt natürlich eigentlich nicht optimal, denn der Bauer verteidigt hier beide Felder, wo der Springer gern hin möchte. Das heißt, ja, Schwarz müsste im Prinzip D5 schaffen, um den Springer auf E7 rechtfertigen zu können. Frederik setzt mit D4 fort, schlägt, schlägt Läufer B4. Da gibt es noch eine Handvoll Partien. Ich würde davon ausgehen, dass die Stellung beide noch kannten. Auch Frederik spielte hier noch sehr schnell. Läufer D2 schlägt, schlägt und jetzt spielt Schwarz D5. Ja, genau aus dem Grund, den ich erklärt habe, also der Springer auf E7 steht eigentlich schlecht, wenn er nicht nach D5 bzw. nach F5 kommt. Deswegen versucht sich Schwarz jetzt eines dieser Felder freizukämpfen. Es folgte E5, weiß Gewindraum. Ihr könnt ja auch sehen, der schwarzfelderige Läufer wurde abgetauscht. Das bedeutet, dass man hier irgendwie anders Kontrolle über die schwarzen Felder übernehmen muss. Und daher ist E5 auch ein sehr logischer Zug, denn er stellt eben noch einen Bauern auf Schwarz. Rochade, Rochade und Läufer G4. Ja, hier schiebt Frederik H3 ein. Das ist aus meiner Sicht in den meisten Stellungen ein recht schlauer Einschub, denn man stellt Schwarz immer direkt die Frage, was willst du hier? Möchtest du auf F3 schlagen? Okay, dann haben wir das geklärt. Und wenn er nicht auf F3 schlagen möchte, dann muss er sich schon jetzt dafür entscheiden, auf welche Diagonale dieser Läufer geht. Er kann natürlich irgendwie zurückgehen nach F5 oder so. Dann ist aber die Frage, warum hat man Läufer G4 eingeschoben? Oder er kann eben nach H5 gehen, um die Fesselung aufrecht zu erhalten. Aber ja, nun hat Weiß auf jeden Fall nichts verloren durch diesen Einschub von H3. Man hat ein Luftloch. Momentan ist jetzt nicht ganz klar, ob man das unbedingt braucht, aber es schadet auch nicht. Hier spielte Frederik Dame C1. Tatsächlich wäre vielleicht Dame E1 mit einer sehr analogen Idee sogar ein bisschen besser gewesen. Denn nach F6 schlägt, Turm schlägt Dame E3. Steht die Dame auf E3 einfach gut. Ihr werdet sicher gleich noch besser verstehen, was ich meine, denn in der Partie nach Dame C1 folgt der F6, schlägt, Turm schlägt und Dame C3. Und ja, aus meiner Sicht steht die Dame auf E3 einfach etwas logischer, denn auf der C-Linie wird sie gerade nicht so viel ausrichten. Vielleicht kann sie überlegen, nach G5 zu gehen oder ähnliches. Aber auf C3 steht sie jetzt auch nicht schlecht. Romanov spielte hier Springer G6. Ich persönlich fand damit D6 irgendwie logischer. Der Turm auf A8 ist noch nicht im Spiel und sollte irgendwie dazugeholt werden. Turm E1 wäre aus meiner Sicht logisch, den Turm in die Mitte zu stellen und Springer E5. Und hier habe ich eine ganz interessante Variante angeschaut, einfach weil ich überrascht war über den Zug. Schwarz kann hier auf D4 schlagen. Mit der Idee, dass nach Damenschlägen D4 Turm F4, der Springer auf E5 nicht so leicht zu verteidigen ist, denn nach Dame C3 kann auch zum Beispiel D4 folgen. Hier hat Weiß aber den Zugspringer E4. Also Weiß hat ja momentan eine Figur mehr, das heißt, wenn er eine Figur zurückgibt, dann hat er nur was abgetauscht. Und die Idee hier ist, dass nach D schlägt E4 Dame D6, C, D6 Läufer B3. König H8 G3, die schwarzen Türme etwas ungünstig stehen. Der Turm kann jetzt nicht nach F6 wegen der Gabel auf D7. Und nach Turm F5 Springer D7. Turm D8 entsteht eine Stellung, die ich ganz spannend zum Rechnen fand und die ich euch deshalb als Aufgabe gestellt habe. Das war die dritte Aufgabe in der Reihenfolge, falls ihr jetzt kurz verwirrt seid. Hier ist es am besten einfach, den Bauern auf E4 zu schlagen. Allerdings ist hier vor allem die Frage, kann man die Variante bis zum Ende berechnen? Also Rom schlägt D7 ist logisch, auch Läufer E6. Rom D8 schlägt, schlägt. Und G4. Aber hier ist es ganz wichtig, nicht die Berechnungen abzubrechen, denn Schwarz kann Springer H4 spielen. Nach G schlägt H5 Springer F3. König G2 Springer D2 gewinnt Schwarz die Qualität durch diese Gabel zurück. Aber nach Turm E7 steht Weiß dennoch recht klar besser, denn der Turm ist sehr aktiv und das stellt Schwarz einfach vor große Probleme. Der König wird kein Problem haben, diesen D-Bauern zu blockieren und vermutlich wird Schwarz hier wenigstens einen Bauern verlieren. Vielleicht ist die Stellung trotzdem Remis, aber Weiß ist auf jeden Fall auf der besseren Seite. Das hat natürlich alles nichts mehr mit der Partie zu tun, aber ich fand die Variante ganz spannend und wollte die deshalb einfach zeigen. In der Partie folgte, wie gesagt, Springer G6, Rom E1 und Springer F4. Das war sicher die Idee von Springer G6, dass der Springer nach F4 kommt. Das Problem ist, Schwarz startet hier so einen Königsangriff, aber es sind nur die Hälfte seiner Figuren am König und Weiß hat eigentlich alle Figuren gut hingestellt. Okay, der Läufer auf A4 steht etwas abseits, aber alle anderen Figuren stehen schon entweder im Zentrum oder am Königsflügel. Deshalb sollte ein schwarzer Königsangriff hier nicht zu erfolgreich sein. Frederik agiert sehr schlau, spielt Läufer schlägt C6, wenn Schwarz jetzt nicht die Bauernstruktur verschlechtern möchte, muss er mit dem Turm nehmen, was er getan hat, und Dame E3. Jetzt hängt erstmal der Springer. Deswegen folgte Dame F6 und Springer E5. Der Springer steht hier auf E5 natürlich sehr gut, jetzt können wir aber auch sehen, der Turm, der kommt gar nicht mehr zurück an den Königsflügel, weil die Dame im Weg steht. Und ich denke, dass Schwarz hier einfach Turm E6 spielen sollte. Es ist grundsätzlich in wirklich den allermeisten Fällen eine gute Idee, die Figuren zentral hinzustellen. Dann gehen die wenigsten Taktiken, man hat gute Kontrolle über das ganze Brett und die Figuren wirken einfach besser zusammen. Romana wählte stattdessen Turm C2 und das war die nächste Aufgabe, die ich euch gestellt habe. Frederik löste diese mit Bravour und spielte Springer E4. Das ist der einzige Zug, der hier zu weißem Vorteil führt, aber wenn man ihn einmal gesehen hat, auch nicht so kompliziert. Der Springer auf D2 hatte im Prinzip noch keine so gute Aufgabe. Deshalb soll er jetzt auch an den Königsflügel überführt werden, wo Schwarz ja, dadurch, dass der F-Bauer nicht mehr da ist, einen etwas geschwächten König hat. Die Idee ist natürlich, dass nach D schlägt E4 Dame, B3 Schach folgt, Doppelangriff auf König und Turm und Weiß gewinnt eine Qualität. Das hat sich ja auch Romanov gesehen, deswegen spielt er da noch H4 und Sprenger G3. Turm F8 und Sprenger D7. Und hier nach Turm D8, ja, ist was Spannendes passiert. Herr Frederik hat hier eine recht schlechte Wahl getroffen. Das war übrigens auch eine Aufgabe an euch und Weiß hat hier einen recht simplen Weg zu klarem Vorteil. Ich kann euch natürlich leider nicht sagen, was Frederik daran gestört hat. Vielleicht dachte er, er müsste mehr haben oder vielleicht hat er es einfach übersehen. Auch das kommt natürlich vor. Man kann hier auf H5 schlagen, Dame schlägt H5 und Springer F6 spielen. Das zerstört die Stellung des schwarzen Königs noch mehr und nach Dame schlägt er F4. Kommt wahrscheinlich der weiße Turm nach E7 und diese Stellung sieht tatsächlich schon ziemlich hoffnungslos für Schwarz aus, weil der schwarze König einfach so schwach ist und bei so vielen Schwerfiguren auf dem Brett reicht das dann meistens nicht zur Verteidigung. Stattdessen spielte Frederik Springer C5. Und hier ist eben nicht ganz klar, was will der Springer da eigentlich. Also ich denke, eine wichtige Idee ist, Turmschlägt B2 funktioniert immer noch nicht so gut wegen Springer schlägt H5 und Schwarz muss entweder den Springer hängen lassen oder eben dieses Schach zulassen. Vielleicht kann ich das kurz zeigen. Also nach Springer schlägt H5, folgt Schach. Nach König F8, Springer D7 ist es matt. Und nach König H8 ist es selbstverständlich auch matt. Das funktioniert also nicht. Also Turmschlägt B2 ist verboten. Aber Schwarz könnte hier zum Beispiel Läufer G6 spielen und den Bauern auf B7 aufgeben, denn nun folgt Turm E8. Und jetzt wird das Ganze sehr kompliziert. Weiß sollte hier die Dame opfern und Turm E1 spielen. Und ja, materiell ist die Stellung recht unklar. Also Weiß hat Form, Springer und Bauer für die Dame momentan. Aber hier geht es vor allem darum, hat Weiß einen sinnvollen Angriff gegen den König? Aktuell droht natürlich irgendwie Turm E7. Oder auch Springer D8 ist eine Idee. Ich denke, H5 ist ganz schlau, um den König eventuell zu verstecken. Aber nun Springer D8, König G6 und hier Rom E7 habe ich angeschaut. Der G7 könnte ein Ziel sein. Und hier nach Dame F6 habe ich die Variante abgebrochen, weil ich glaube, das wäre eine komplett andere Partie. Objektiv hat Weiß aus meiner Sicht hier genug Kompensation. Ich glaube auch, dass Frederic so eine Stellung tatsächlich sehr gerne spielen würde, weil das ja sehr seinem Stil entspricht, denke ich. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, vorher stand Weiß einfach besser und hier ist die Stellung unklar. Stattdessen folgte aber Turm F8. Und ja, nun spielte Frederic wieder Springer D7. Nach Turm D8 hatte er immer noch die Möglichkeit, Springer schlägt H5 zu spielen. Das wollte er offenbar aus irgendwelchen Gründen nicht und entschied sich für Dame B3. Ja, und hier spielte Schwarz einfach nicht so gut. Man könnte hier schon versuchen, den Turm auf der zweiten Reihe zu lassen und irgendwie nach Springer E5 gibt es Läufer E2 als nette Idee. Ja, hier ist das Problem, der Turm ist mehr oder weniger gefangen. Den Springer möchte man natürlich auch nicht nach E2 lassen. Und nach Dame C3 Läufer F1 König F1 hat Schwarz eine sehr hübsche Idee. Den Springer schlägt G2. Der H3 hängt, der Turm soll geschlagen werden. Nach König schlägt G2, folgt Dame D4. Und hier steht Weiß sicher besser. Die Frage ist, wie viel ist es? Denn ja, auch Weiß hat einige Schwächen. Es ist nicht ganz klar, welcher König hier schwächer ist. Und hier hätte Frederic noch einiges zu tun gehabt. Stattdessen folgte Turm C4, Springer E5, Turm D4 und Dame C3. Und hier wird es auch weiterhin sehr eng für den schwarzen Turm. Romanov macht es ihm jetzt hier aber ein bisschen zu leicht. Also man könnte schon noch versuchen, Dame C5 zu spielen. Äh, C5, Dame C5 und dann Läufer G6. Die Idee ist, dass man nun nach Springer F3 den Zug rum C4 hat. Gegenangriff gegen die Dame. Und dann kann man die eigene Dame aus dem Angriff wegziehen im Prinzip. Ähm, aber, äh, ja, also vielleicht noch kurz. Sowas wie Dame schlägt C4 funktioniert nicht wegen dem Abzug, denn nun kann Schwarz die eigene Dame retten. Zudessen folgte aber Direktläufer G6. Und ich glaube, das Problem war hier, dass Romanov verstanden hat, ja der Turm auf D4, der ist ja tabu. Denn nach Dame schlägt D4, folgt Springer, schlägt H3 und die Weiße Dame geht verloren. Also dachte er, er muss den nicht verteidigen. Was an sich ja auch erstmal stimmt. Aber das Problem ist, dass Weiß den einfach nochmal angreifen kann. Springer F3, Gabel auf Derne und Turm. Und ja, Schwarz sah sich hier gezogen aufzugeben, denn er verliert einen ganzen Turm. Also, ja, nicht, nicht irgendwie eine Qualität, sondern einen ganzen Turm. Ja, Frederik gewann damit die siebte Runde. Gegen tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob es korrekt ist, ihn als seinen Trainer zu bezeichnen, aber sie hatten auf jeden Fall im Rahmen oder durch Unterstützung des Deutschen Schachbundes einige Trainings zusammen. Und ja, damit hatte Frederik eine gute Ausgangsposition für die letzten zwei Runden, die jetzt auch größtenteils gespielt sind. Also in der letzten Runde laufen noch einige Partien, aber tatsächlich laufen keine Partien mehr, die das Ergebnis für Frederik ändern können. Denn Frederik hat siebeneinhalb Punkte aus neun Partien geholt und ist damit alleiniger Sieger des Tablize Opens. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich glaube, seine Elozahle liegt jetzt auch bei ca. 2,620. Also, der hört gar nicht auf, besser zu werden. Wenn euch die Partie gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, von wem ihr beim nächsten Mal Partien sehen wollt. Nächste Woche spiele ich auch wieder ein Turnier in Dortmund. Wenn ihr da gerne Partien von mir sehen wollt, dann lasst mich das natürlich auch wissen. Und ansonsten, wenn ihr andere Lieblingsspieler habt, freue ich mich da auch, wenn ihr mir das mitteilt. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!